Was denn? Was denn? Bronzer fängt an. Versucht jetzt mal anhand Fakten rauszufinden. Ja, machen wir jetzt. Ich schreib jetzt mit, okay? Ja, herzlich willkommen, hat der Matcha schon gesagt. Der Matcha hat übrigens die Folge jetzt indirekt begonnen. Hallo Matcha. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play TTT. Ja, die Folge mit der Cloverfield Map hat ja viel Diskussionsstoff bei euch gesagt. Und auch bei den guten Major. Matcha, möchtest du dazu jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit was sagen? Komm, wir setzen uns alle zusammen, ja? Dass wir zusammenkommen. Ich finde eigentlich nur schade, dass wir immer darauf warten müssen, bis irgendein Traitor jemanden tötet, damit wir wissen, wer der Traitor ist, so. Wir sind dumm halt. Ja, vielleicht wär's mal einfacher, bisschen logisch, diese ganzen Sachen Schluss zu vollwerden. Das wär, glaub ich, für jeden das Beste. Naja, kannst ja machen, wenn du ne Theorie hast, musst du dir immer offenlegen, das ist ja kein Problem. Nö, aber wenn du mir näher kommst, kriegst du ne Granate. In dein Arsch. Hier los, Alter, was ist denn wieder los? Dennis ist gehört, Hutt. Ach, du nimmst dein Ding an die Granate. Taros, Taros, Taros. Was laberst du? Ich bin von diesem komischen Stein da grad erschlagen worden draußen, Alter. Was ist mit Taros? Okay, Bronze. Äh, Taros ist es. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, natürlich. Major hat grad gesagt, Taros schießt. Oder der Major verarscht. Oder der Major verarscht. Aber das wird sich bei einem Gebäude rumzuschleiden gerade so an. Ernsthaft, Bronze? Was? Ernsthaft? Was ernsthaft? Ich glaub, Taros in Bronze. Taros ist es auf jeden Fall. Was ist denn das denn jetzt? Wenn der Major sich totgestellt hätte, dann hätte da nicht gestanden, wer den getötet hat. Wo ist der Taros denn? Hier liegt der Major. Was hast du grade gesagt, Payset? Ich hab dich bedroht? Ja, mit der Granate. Du wolltest mir die in den Hintern schieben. Hä? Was soll das denn jetzt? Ja, doch, doch. Willst du jetzt... Hier liegt überall Blut. Wenn der Major getötet wär, äh, wenn er sich selbst umgebracht hätte, dann wär hier kein Blut. Also Taros ist es. Wo ist der Taros? Lass mal Paybeard in Ruhe, ja? So. Am Arsch. Paybeard? Okay Curry, Herr. Find ich. Oje. Ich bin jetzt auch Pirat. Ja? Ja, ich bin beim Bronze in der... Ja, weiß der, ne? Der Bart, der wächst. Ja. Ach, sag mal, warte mal. Wow! Sag mal, seid ihr jetzt alle tot, oder was? Alter, was ist das denn hier für ein Bild von so Weibern, die ich nehm... Alter, das ist doch nicht Dings jetzt hier, oder? Wo ist hier Riot, oder? Das Menschen ist das. Oh, warte mal, hier liegt ne... Sag mal, Dennis... Konze wie jetzt gleiche, warte mal. Wer lebt denn jetzt noch? Und Currywur, Currywur ist zwar auch innocent. Dennis? Ja? Du Traktor? Nee. Wo ist die Menschen das Leiche denn? Nehmen die andere... Warte mal, warte mal. Lebt der Taros noch? Taros? Sascha? Dennis? Patrick. So ohne Scheiß. Ich hab doch hier grad die Leichen überführt. Bist du bescheuert, oder was? Ja, aber... Der Taros oder der Major? Weil guck mal. Ne, 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 warte mal. Alter! Sorry, das war ein Reflex. Sorry, echt. Hier hab ich grad voll erschrocken. Hahaha. Scheiße. Okay, Taros und Major. Oder. Oder und. Hm, ich weiß es nicht. Scheiße. Ey, komm, ganz ehrlich, einer von euch kann jetzt reden. Kommentier das jetzt hier nicht alleine. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst so was von sterben. Ähm, bist du alleine? Vielleicht. Ist Michael auch hier? Hallo? Guten Tag? Kann ich meine Freunde sein? Der Dennis wird mich gleich töten. Na egal. Der ist einfach in meine, in meine Waffe gelaufen. Hm, ich kenn das. Ungünstig. Ganz ungünstig. Nein! Wo warst du denn? Patrick, ist das dein Ernst? Weißt du, du schießt den Dennis an und da kommt eine Armbrust entgegen, weißt du? Und du fragst auf Major und Arscher. Das beide sind so, weißt du? Also mach mal. Hab ich die Armbrust von Dennis gesehen, Patrick? Ja, ist so, Dennis hat eine Armbrust. Da kam dir direkt eine Armbrust ins Gesicht gesprungen. Ach der war, ach so, der war wirklich. Alter, der Dennis hat noch ein Ei gelegt, als er erschossen wurde. Tim, der lag ja. Boah, ich hab das gar nicht registriert. Da hat Tobi geboren. Was? Ich hab mich so erschrocken in dem Moment, dass ich das gar nicht gut bekommen hab. Boah, das musst du doch gucken, Patrick. Ja, ich hab mich wirklich erschrocken, ey. Ich hab mich wirklich erschrocken, ey. Aber Dennis. Den richtiger Drecksack ist der, äh. Der Patrick so weiß. Kommt um die Ecke. Und ich höre dann so. Pummm. Alter, Bronze. Was denn, alter Terror? Was denn, Major? Was denn? Dadurch, dass du als Traitor immer die Leichen confirmst, stellst du mir eine Falle, ne? Weißt du das? Ne, ne, ich hab das ja diesmal so gemacht, dass ich das ein bisschen verzögert gemacht hab. Extra. Ich bin da nicht extra hingelaufen. Aber guck mal, wenn du alle confirmst, ne? Und alle innocent sind und es leben nur noch zwei, dann weiß der eine Innocent, der mit euch noch lebt, dass ihr zwei Traitor wart, weil alle Leichen innocent sind. Das stimmt, aber dann könnte man da wiederum den Umkehrschluss nehmen, warum der Payset hier grad so zielt. Könnte man den Umkehrschluss nehmen. Oh, alter. Ich werd' mich schossen. Ne, ich werde erst das. Da. Da war das, Alter. Das war eine normale Granate. Wenn du mich jetzt tötest. Patrick. Alter. Wo ist Patrick? Patrick ist hier. Warum hast du jetzt auf Patrick geschossen? Patrick ist Traitor. Leute. Ich bin unschuldig. Hallo. Ja, random. Super. Jo, Mann. Was ist denn hier los, Alter? Schützenfest, oder was? Schützenfest. Okay. Wer... Wer... Ey. Kevin ist es, Kevin ist es, Kevin ist es. Random. Kevin ist es. Okay, warte, er ist tot, warte. War der Traitor? Ja, oben steht's. Er war Traitor. Okay, super. Wer lebt noch? Weiß ich nicht. Ja. Du. Nur noch du, du Penner. Wow, Major. Wow. Warte, ey. Warte, ey. Warte, ey. Warte, ey. Warte, ey. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Ich hätte Sascha so wegballern können, eigentlich, ey. Wer lebt noch. Super. Aber es war echt ein, äh, luckshot von mir, dass ich, ich direkt mit dem... Ja, das ging aber auch schnell, ne? Also... Ja, ja, ja. Get escalated quickly. In der Tat. Aber wir haben mega aufgeräumt, ne? Ja, haben wir gut gemacht, Major. Ja, ja. Aufgeräumt würde ich das jetzt nicht. Ja, doch. Da klopf ich dir direkt mal auf die Schulter. Das ist dreckig hier. Ich nicht. Major, ne? Ah! Major, ja. Aufgeräumt, ja. Hört ihr die Musik? Ja, natürlich, die Disco. Ich hab eine lustige Idee. Wir machen jetzt ein Spiel. Ja? Ja, machen wir doch gerade so. Ich werde jetzt immer... Ich werde jetzt immer jemanden nachmachen. Ihr müsst raten, wer das ist, okay? Mhm. Ähm, wer es weiß... Nicht, nicht sofort sagen, wer es macht... Nee, ich hab noch was gesagt. Hört zu, hört zu. Wer es weiß, der macht... Ja? Müsst ihr jetzt buzzern oder was? Genau. Also, sonst müsst ihr ruhig sein, okay? Ähm. Ich fang an. Wer bin... Pssst. Wer bin ich? Nee. Meter. Meter! 1 zu 0. Hä, wo mach ich denn? Hä? 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 Curry ist bei mir. Hallo, Patrick. Hallo, Patrick. Okay. Curry ist immer noch bei mir. 100 Punkte für Curry. Ist auch so. Okay. Wem mach ich jetzt nach? Wer es weiß, ne? Hm, wisst ihr. Wem mach ich jetzt nach? Hä? Deine Mutter? Äh, minus 100 für Patrick. Patrick ist ab sofort ausgeschlossen aus der Gruppe und aus der Zivilisation. Ich ruf jemanden an. Warte, das war auch nicht so gut gemacht. Das war auch nicht so gut gemacht. Warte, ich mach noch mal. Ich mach noch mal. Ich mach noch mal. Hm, hm. Hm. Sascha. Sascha. Ja, richtig. Alter, ich war zuerst. Nee, du hast reingesprochen. Du hast einfach reingesprochen. Hä? Ich hab erst gebuzzert, Mann. Hab ich ja nicht gehört. War das Buzzerproblem. War das Buzzerproblem. Ich hab gebuzzert. Guck ich gar nicht. Okay, okay. Da war kein Strom. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wen mach ich jetzt nach? Ja? Mich? Weil ich keine Zähne haben. Nee, nee. Aber fast richtig. Du warst schon richtig. Ah! Kopf los. Ich hab grad dein Gesicht nachgemacht, weil du immer so Gesicht verzählst. Aber das war doch Lando nach seinem Kopf. Was war das denn jetzt? Oh, oh. Ja, weil das kann man ja nicht tun. Warte mal, Taros found the body of Kevin. Ja. Kevin ist unschuldig. Und Taros hat ihn abgeknallt, oder was? Ja, genau. Das mach ich. Wollts konfirmen damit? Wenn ich ihn dann abknall und direkt konfirmen. Ja, klar. Das macht Sinn. Bronze. Ist die Schuld von dich zu schieben. Mhm. Aber wo hast du denn Traitor? Ist mich ja wichtig. Bronze, wo bist du denn? Wo hast du ihn gefunden? Woher willst du das denn wissen? Der lag oben. Und, wer war oben? Bronze. Okay, Dennis sucht mich auf jeden Fall. Das heißt, er ist Traitor. Ja, äh. Ja, so bist du. Also ist der Dennis auch Traitor. Warum denn ich wieder? Nur weil ich frage, wo der Bronze ist, damit er... Weil ich bin innocent und nur Bronze und du sind da. Das heißt... Hier ist die Leiche vom Club. Hallo. Ich bin auch noch da. Eventuell. Oh. Da gibt's mein Plan gerade. Aber ich bin auch wunderschön. Wieso denn immer Dennis, Alter? Wenn ihr euch mal an die letzte Folge erinnert, wie selten ich Traitor war. Wer ist das hier? Dennis ist bei mir. Dennis ist bei mir ganz oben aufm Dach. Wehe, Patrick. Wehe, Patrick. Du musst dich gerade verraten, Dennis, weil du suchst mich so. Ja, ich frage doch nicht, wo du bist, damit wir zusammenhalten können. Gehe weg, geh weg. Du bist der Predator, Mann. Ich kenn dich doch nicht. Hallo, Patrick, ich bin. Alles gut. Dennis. Was? Das ist. Was ist da los? Was ist da los? Brauchst du auch nicht, Patrick. Der hat das Hühnchen ja geschmissen. Patrick, lebst du noch? Patrick? Patrick? Ich meinst du das Hühnchen? Alter, das ist unfassbar. Patrick war innocent. Taros. Taros war Traitor. Ja, der war der Innocent. Taros ist Traitor. Taros ist Traitor, Mann. Okay, okay, okay. Und wer ist der andere Traitor gewesen? Ja, ich nicht. Alter, hier ist ne Huhn, Mann. Ich töte euch jetzt beide, weil ihr beide Traitor warst. Bist du ne Arsch, oder was? Ja, ich muss nicht töten, Dennis. Bist du ein Random Kill machen, oder was? Es gibt zwei Traitor hier. Ja, aber was ist denn, wenn der Major der andere Traitor ist? Braun hat zum ersten 1 plus 1 zusammengerechnet. Na ja. Scheiße, Mann, ey. Wolltest du, du unterberichtete Schwein, wie hast du das gemacht? Ja, warst, warst denn gemacht? Ja, gemacht. Hab mal nachgedacht. Ich war Mathe Grundkurs und ich kann trotzdem 1 plus 1 rechnen. Ich war Mathe Grundkurs. Oh. Alter, was ist das für ein Huhn, Alter? Ja, mach doch mal weiter deine Spielchen, Dennis. Also, wir können gerne das Radiespielchen weiterspielen. Wo bist du denn Brunzen, Mann? Ich hab keine Angst. Du bist immer am Campen wieder, du Sack. Ja, klar, ich bin der Camper, Mann. Ich bin Taros. Ja, auf RTL, oder was? Okay, los geht's. Ja, sag doch mal weiter, wer bin ich jetzt? So, weiter willst du das Spiel spielen? Ja. Okay, wer bin ich jetzt? Der Buzzer, der Buzzer, der Buzzer geht so. Okay, nochmal. Ja, ja, ja. Ja, wer war das? Bronzer. Der erste. Richtig, 100 Punkte für Kevin. Er steht... Wer war das? Kevin, äh, der Bronzer war das. Entschuldigung. Ja, das könnte nur Taros gewesen sein, ey. One-Shot. Ja. Alter, alle eskalieren hier, Dennis eskaliert. Jo, 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 jo. Weißt du, aber ich hab genau gewusst, dass Dennis Traders in den ersten Moment, wo er gesagt hat, wo ist Bronze? Ich schau mir jetzt die Fox News an. Das ist so ein Erkennungszeichen bei Dennis, das hab ich letztes Mal schon gemerkt, aber ich hab's noch nicht gesagt. Oh, nein. Dennis. Alter, wer war das? Dennis hat die Granate geworfen. Ey, Leute, super. Ich hab geguckt, was du übermachtig. Ich hab geguckt, Patrick, äh, Mensch, wenn du übrigens in den Traders-Shed schreiben willst, dann mach das so, dass das nicht jeder sieht. Boah, ich fall hier immer noch irgendwie. Ey, Leute, ich steh hier, ich hab gar nichts gemacht. Oh, ich guck mal, ich hab nur 69 oder 69. Bist du auch innocent, Major? Ah, nur 69. Ich seh nur, ich seh nur wie der ganze Zeit den Taros so vorm Fernseh springen so aus. Warte mal, Alter. Wie kommen wir rein, Alter? Major, bist du auch innocent, oder? Ja, Mann, wie kommen wir rein? Okay, komm mit, Major. Ich zeig dir den Weg. Alter, weh, du killst mich jetzt. Nein, ich kill dich nicht, Mann. Ich bin wirklich innocent, aber ich brauch Verbündete hier in dieser harten, grauen Welt. Okay. Guck mal, eben war ich ganz alleine, weißt du, aber jetzt bin ich zu zweit. Patrick, du mieses Schwein. Warum? Was ist los? Patrick ist traitor, der war gerade alleine mit dem Tag. Ja, Major auch. Patrick, wenn du jetzt hier lügst, Patrick, ne? Was denn? Dann bist du echt ein Rotzlöffel. Was für ein Major, ne? Major hat gerade die Bronze erschossen. Hab ich gar nicht, du Lügner. Alter. Ey, Curry. Was hab ich? Ha! Was hab ich? Wiederhol das nochmal. Du hast gerade den Bronze erschossen. Komm her, Mann. Wie kommst du drauf? Komm her, Major. Die innocenties kommen. Wie kommst du drauf? Musst du so lachen, wo der Curry mal ein Bild von dieser Oma hochgeladen hat und dann Innocent Orangensaft so ist und dann schreibt die Oma Lüge. Oma Erna, wenn ich bin da. Warte mal, Leute. Wer lebt noch? Dennis und ich. Und du. Nicht mehr lange, aber. Okay Major, pass auf. Du sagst, der Curry ist Traitor, ne? Guck mal, Dennis, du wirst verarscht, ne? Aber mega. Ja. Okay, dann lass ich den Curry jetzt ab. Curry, leg deine Hand, leg die Waffe weg, dann bleib stehen. Ernsthaft, du würdest dich jetzt abknallen, Dennis? Ja, bleib doch stehen. Und bestätige ihn danach noch. Ne, der ist kein Traitor. Weil sonst hätte er sich jetzt nicht abknallen lassen, der hätte mich abgeschossen. Du wirst grad mega verarscht, aber das wirst du nach der Runde merken. Komm Major. Ja komm Major, stell dich doch einfach, wenn das so ein Problem ist. Ich komm alleine zu dir Major. Und der Curry bleibt woanders. Wo bist du denn Curry? Äh Major. Major? Da ist der Major. Alter, das gibt's doch nicht. Sehr geil. Alter, super gemacht. Ernsthaft? Major, du miese Ratte. Du miese Ratte. Du Schweine. Ich hab dir Vertrauen, Major. Ich dachte, ich bin nicht mehr alleine. Alter, hast du die Ehre gerettet? Alter, hast du die Ehre gerettet? Weißt du, am Anfang so. P-Pay-Z? Patrick? Okay, der Major muss dafür einmal Only Time singen. Ne, Mann. Aber oh Scheiß, das kommt dabei raus. Aber Curry? Was denn? Das nächste Mal kannst du mir echt vertrauen. Woher wusstest du das? Ich hab's doch gehört. Ja, weil der Dennis das gesagt hat. Hä, nein, da hatte der Dennis das noch gar nicht gesagt. Ja, woher wusstest du das dann? Weil du den Bronze erschossen hast. Hä? Hab ich gar nicht. Ich hab nur den Taros erschossen. Also der erste Verdacht kam auf, als der Melcher geschrieben hat. Der erste Verdacht kam auf, als der Melcher in den Chat geschrieben hat. Patrick? Alter. Ja, das war schon ne schöne Zeit. Da hab ich gar nicht dran gedacht, Alter. Major Major Major. Major 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 Aber das kann man ja regeln, ne? Taros, du musst mit dem Error durchgehen. Habt ihr gesehen, ne? Ja, ich hab's geregelt. Hä? Ja, was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Kann mir das eigentlich einfach sein? Ich hab leider auch keine Ahnung. Bronzo ist Traitor, Bronzo. Ja, Bronzo, du bist Traitor, komm her. Okay, ich hab Dennis getötet. Oh, Alter. Ja, bestätige ihn. Ja, warte, mach ich. Bestätige mal. Ja, sofort, warte. Ja, komm, mach. Mach jetzt, komm. Bronzo. Bronzo, Alter, wie schlecht bist du denn, Alter? Der Typ ist so schlecht, Alter. Ja, mach ich sofort, mach ich sofort, sagt der. Richtig, Bronzo. Du bist richtig, Bronzo. Ja, ehrlich. Wie er skaliert. Loh, was ist denn hier? Kurz war ins Bede geflogen, Alter. Der Wichser, Alter. Richtiger Wichser. Okay, wer ist das noch am Leben hier? Bronzo, wo bist du? Ich bin Sascha. Alter, alles gut, alles gut, alles gut. Das bin ich, Mann. Leck mich. Was? Alter, ist das grad dein Ernst? Lass mich in Ruhe. Geh weg, komm. Hau ab. Nee, ich will dir nicht vertrauen. Ja. Ich traue dir auch nicht mehr. Ja, was ist los, Alter? Was für ein Vertrauen, Mann? Klingt der mich um, Alter. Willst du überhaupt noch jemandem vertrauen in diese harten Welt hier? Taros, wo bist du? Ich trage dich doch nicht, ob du mich holen kannst, oder was? Ja. Nein, ich bin kein Traitor, Mann und Scheiß. Nee, nee. Alter, du bist so schlecht. Ich trage dir den Major um, ey. Ja, wieso? Vielleicht wollte Major auch mich erschießen, Mann. Er hat auch in der letzten Runde mich abgeknallt. Einfach hinter uns. Hallo, Bronzo. Boah, scheiße. Ah, Sascha, du, du kleiner, du kleiner Pimmel. Hä? 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 Wie ne Muschi am Sand gehörst. Hey, das war nicht am Camp. Ich hab den Bronzo da gekillt. Aber Bronzo, der Messerkill war gut. Major möchte was loswerden. Pass auf, Bronzo. Ganz ehrlich, ne? Nimm das nicht ernst, aber wie schlimm soll man sein? Aber der hat mich vorher echt gut mit dem Messer gekillt. Ich hab drei Leute gekillt, Alter. Ich hab drei Leute gekillt, Alter. Nein, pass mal auf. Der Curry hat mich ja getötet, ohne Scheiß. Nee, ich hab dich nicht getötet, Major. Ich hab dich nicht getötet, Major. Das ich, weißt du, Bronzo stand vor mir. Das war so, ich muss so lachen, dass ich gar nicht schießen konnte. Weil das so schlecht ist, weißt du. Das ist doch meine Theorie. Der sagt, ich bin kein Traitor. Der sagt, ich bin kein Traitor, kommt um die Ecke eigentlich raus. Ja, jetzt ist so, der Bronzo ballert sich so den Weg dabei und fällt dann erstmal hinten den Dings runter. So, weißt du? Ja, vor allem, er wirft ein Baby auf mich voll daneben, weißt du? Er wirft, wie spielt der Dustin mit? Ey, komm, das ist meine Sache. Das Beste war so, das Beste war so, dass er, weißt du, der Major war tot und dann hab ich so gesagt, bestätige. Und dann so, der Bronzo so, warte kurz, warte, warte eben. Ich bin hier mit Patrick, wenn ich jetzt sterbe, ist das Patrick. Alter, wie du mir einfach nicht vertraust. Ich bin total enttäuscht von dir. Alter, Alter. Alter, Alter. Bronzo, weißt du, dass wir irgendwann eine Zeit geben, wo du dann einen Traitor spielen kannst, Bronzo? Was? Wurde einfach mal so, oder einfach mal. Nein, dann noch schlechter ist als ich. Das ist schon krass. Ja, das stimmt. Dann hab ich noch zwei Leute gekillt, aber leider ist es gescheitert. Ninja. Curry sitzt oben auf dem Dach hier. Ja, ich bin ein Vogel. Pass auf, er kackt auf uns. Gesundheit! Boah! Major hat geschossen auf uns. Major hat er 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 geschossen auf uns. Okay, okay. Ich hätte dich treffen können, Mann. Schieß einfach so. Okay, das stimmt. Schieß einfach so. Der Böbel ist froh, ja. Der stand einfach nur da. Jaroos, los! Was habe ich dir getan, dass du mich abschießt? Ah! Alter. Von runter. Von runter. Okay, jemand schießt mich. Du hast schon wieder geschossen. Patrick ist... Loll! Wer ist gestorben? Alter, da kam ein Baby geflogen von der Höhle. Wo? Alter. Ist das gar nicht gesehen, Mann. Was ist bei mir? Wo kam das her? Da hinten aus dem Loch. Aus dem Loch. Wer lebt noch? Wer lebt noch? Wer lebt noch? Da hinten kam es aus dem Loch. Curry, hau ab. Curry, hau ab. Curry, hau ab. Ich werde schießen, wenn du kommst. Ich werde schießen, wenn du kommst. Alter, was geht mit dir, Mann? Ich schieße, wenn du kommst. Patrick, lebst noch. Nee. Taros, lebst du auch noch? Okay, Dennis, lebst du noch? Taros? Dennis? Dennis? Sascha? Okay, seid dran, Alter. Dennis und Taros sind tot. Alter! Wer schießt da? Wer schießt da? Keine Ahnung. Major, was da los? Major's tot. Hier, ne? Hä? Da ist noch einer. Wer schießt da gerade? Yes! Geil! Das Geilste war jetzt grad dieser Dialog. Und zwar sagt der, sagt der Bronze, da kam ein, äh, sagt einer, da kam ein Babyflon und sagt der Bronze, aus dem Loch geschossen. Ja, überleg mal. Irgendwo müssen wir rauskommen. Das Geile ist so, äh, genau, es muss ja irgendwo rauskommen so, weißt du? Wir waren Traitor, Leute. Curry, warst du Traitor? Ja. Wer hat mich umgebracht? Ich hab dich umgebracht. Curry, Curry, Curry. Ja, ich hab dich auch lieb, Dennis. Curry, Curry. Patrick, okay. Hey Curry, Curry. Ich sage es wieder. Ich hab wieder gesagt, Patrick ist es und mir hat keiner zuhört. Ja, das stimmt. Ich hab das übertönt. Curry. Ja, das hört man irgendwie nicht. Es hat ruhig keiner zugehört. Ich wollte dir mal was fragen, Curry. Curry, war unter uns so, ne? Ich wollte dich mal ganz ruhig was fragen. Bist du noch von allen guten Geistern verlassen? Vergessen. 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 Das ist bei mir. Oh, ich hab... Was? Das war, äh... Das war, äh... Das war ein Shotgun. Der erste Traitor. Kam das dann echt da runter geflogen? Ich hab nen Shotgun gehört. Der erste Traitor ist Dennis. Taurus weiß noch. Äh, geil. Äh, ich hab, äh, nur ne Deagle. Ja, der erste Traitor ist Dennis. Der erste Traitor ist Dennis. Wenn jetzt einer auf mich schießt, sponsoriert Taurus der zweite Traitor. Hä, warum bin ich denn jetzt ein Traitor? Dennis ist doch voll der Engel. Ich hätte doch den Patrick jetzt gerade abschneiden können. Echt. Okay. Taurus. Hä? Warum bin ich jetzt? Ja, den Patrick doch. Patrick, ich hab doch genau... Ich stand doch genau neben dir. Ja. Torben ist es. Taurus? Wer ist das hier? Hä? Alter. Patrick. Hä? Voll gefreezed, Alter. Was war das denn? Oh, Alter. Voll eingefreezed. Ich war nicht. Wer war nicht? Ich hab alle geholt. Warum ist der Dennis Traitor? Warum? Da sagt einer, Dennis ist, weil ihr uns redet auch beim Menschen. Was, Dennis und Taurus? Egal. Manchmal denke ich mir, Leute. Ihr seid von allen guten Geistern verlassen. Oh. Also, auf jeden Fall war das eine neue Folge. DDD, danke für Zusehen. Und der Bart von Patrick wächst. Bis zur nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Und ciao. Ciao. Bis dann. Danke, Major. Daumen hoch, wenn ihr noch mehr TTT-Folge haben wollt. Danke. Map-Vorschläge bitte unter die... Bitte, Major. Schnitzel. Ciao. Bin es. Scharf. iero geben es hier manchmal aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Profi Dilit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.